Und der fähigte Kapsieger dieses Jahres, der 13-jährige Kapitän Badach-Ballé-Groix und Charlotte Düsseldorf. Oh, das ist, das ist ja... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... 5 Euro für eine Minute der Reine... Es wird gewonnen, immer nochmals... Oh! Ich bin so... 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's. 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 Das war's.